Hier war noch kein Elina Daumschiff in Sichtweite. Vielleicht hat es ja ein Tarnfeld. Ah, da ist es ja. Da ist es ja. Konnte sich ja nicht ewig vor mir verstecken. Was mache ich denn mit den zwei? Am besten gar nichts. Und was noch mache ich mit dem? Gezielten Schuss und weg. Äh. Das war jetzt aber nicht der Plan. Ah, geh doch, geh doch. Genau wie geplant. Oh, da haben wir einen. Einen kleinen. Ich glaube, der ist feuerimmun. Äh. War der ziemlich feuerimmun? Nein! Ah, verkriegt scheiße. Sag mal, was ist denn da los? Okay. Egal, was da los war. Es ist tot. Oh, und er blutet. Hm. Ah ja, genau. Da habe ich ja noch zwei. Ah, genau. Gut, dass ich die zurückgelassen habe. Dann kann der nächste Runde geheilt werden. Ich bin halt schon Statiker, muss ich halt echt sagen. Ich habe für jede Situation Ausricht parat. Ich bin halt echt manchmal habe ich Angst vor mir selber, weil ich so gut bin. Aber nur manchmal. Aber nur manchmal. Nicht immer, aber immer öfters. Oder andersrum. Oh, ich muss mir mal einen Wecker stellen. Äh, Moment. So. Hm, 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 hm. Lalalalalala. Nein, nicht. Ah, wieder verklickt. Scheiße. Ah, guck, 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 guck. Auf, bewichte ich, bewichte ich. Ah, Gott. Das Personal und so. Treffen. Ja, treffen und auch töten, bitte. So, ist da einer schwer verletzt? Ja, ein bisschen. Hm. Hm, 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 hm. So, das soll doch ausräuchen. So, mach den doch mal weg. Weg machen. Treffen. Weg machen. Ja, geh doch. Hm, hm. Äh, genau, da war ja ein Verletzter. Weg machen. Auf,arial HY Sean Reventungen. Besmann einsibt getаем independent. Ja, da war ja ein Verletzter, Shaun sinnen. Weg mal! Weg machen Imm Ourine. Weg machen. Weg machen. Weg machen. Oh, das war's. Drei Verwundete. Und noch ein Staff Sergeant. Und, jawohl, ein Commander-Leben gefangen. Und dann noch ein Haufen Zeug zum Verkaufen. Jawohl, jawohl. Dann geben wir mal Agility, Shooting und Reaktion. So, dann schauen wir mal, ob wir was Neues erforschen. Ah ja, genau, da den Commander. Das hat jetzt mal Priorität. Start. Transfer Items to Main Base is completed. Okay. Ja, jetzt haben wir wieder ein paar Spotsfreunde hier. Ja, das ging auch ganz schnell. Ah ja, die bestellten Items sind da. Go to Base. So. Missile. Cannon. Oh, können wir denen mal so ein EEW-Schild geben, haben wir ja eh übrig. Aber die haben ja auch eine gute Waffe, dann können die ja auch ein gutes Schild bekommen. So. Ja genau, jetzt kommt natürlich das Battleship. Das war halt immer so typisch. Moment, erst mal ist auf Nahkampfstelle. Flieg zurück, flieg zurück. Research of Shuttle has been completed. Ja, toll. Aber ich brauche den Generator, so ein Scheiß. Das heißt, ich brauche noch mehr Alien Commanders. Ich brauche den Generator für das große Schiff. Ich brauche den Generator für das große Schiff. Ich brauche den Gerator der Schiff. Ich brauche den Garten zu ent Pfote, wie geht es bitte. Und mit dem haben Sie gedacht? Ich brauche den Werden vor. Ich brauche denen Schiff, ich brauche den Negator für das Schiff. Ich brauche den Garten zu den Koff. Ich brauche den Koff. Ich brauche den Koffer. Ich brauche den Koffer. Ich brauche den Abstand zu sprechen. Den hauen wir doch weg, oder? Na, das ist gar nicht gut. Der feuert auch so weiter Distanz auf uns. Oh, der kleine Apfungjäger ist schon fast zerstört. Hm, im Wasser verschwunden. Oh, ich muss mir was verkaufen. Da, 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 da. Flupp, flupp. Flupp, flupp. Oh, genau, und die aller forschenden Aion-Artefakte. Ah, jetzt haben die wieder Controller langs, war ein Land, das gefällt mir gar nicht. Aus, dann gerade eine 2 haben wir jetzt. Hm, ich glaube den Flammenwerfer haben wir weg, wegen der geringen Reichweite, das ist nichts mehr, das nehmen wir mal zeitgemäß. Wieder ein Battleship. Oh, und das ist genau in unserer Fluchtbahn, oh. Schnell zurück. Obwohl, obwohl der fliegt davon, den greife ich auch gleich mal an. Stunlocket Mark II. Na super. Nein, nein, unser gutes Schiff. Okay, den haben wir abgeschlossen, aber das ist noch ein Battleship, super. Super. Mein Best Attacked schon wieder. Wie oft denn noch? Äh, ja genau, jetzt wo unsere Haupttruppe unterwegs ist. Obwohl, obwohl da haben wir doch ziemlich viele gute Soldaten. Ne, Quatsch, ich bin doch zurückgeflogen, genau. Ich bin ja zurückgeflogen. Na ja, dann bringst du uns wieder ein wenig Geld mit. Da, 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 da. Ja, das wird wieder sehr spannend. Und... Hm, 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 hm. Auf, auf, komm, schau, nicht zu schüchtern. Bewege dich, bewege dich, bewege dich. So, Campingposition eingenommen. Dann campen wir einfach wieder mal. Hm, hm, hm. Nichts. 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 Da war nichts. Da kommt nichts. Vielleicht kommt jetzt doch was. La, 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 la. Oh, da kommst du zu zweit auf einmal. Was für Lümmel. Was für Lümmel. Das Phantom. Hm, hm, hm. Jawohl, so geht es. Was für Lümmel. Was für Lümmel. Schießen, das passt schon. Das passt. Da ist kein Commander dabei. Da lohnt sich kein Stun-Granade. No line of fire. Zerr, Frauen und Waffen ist... Ah. Na, sauber. Na, fast, fast. Fast hätte sie alle zwei mit einem Autoschuss gekillt. Oh, der ist aber mutig. Der ist mutig. Und tot. Ja, gleich noch das Tor wegschießt. Und tot. Und... mir tut ja nur der menschleiter dann wieder die ganze base aufräumen muss das muss ja immer irgendwie nervig sein dass die überhaupt noch wieder aufgebaut wird und wieder getötet ohne doch noch nicht erlebt noch oder jedoch näher ist tot steht ja auch dort kist phantom und tot jawoll das gibt wieder gute erfahrungspunkte also von daher wenn die unsere base angreifen das ist ja eigentlich das beste was uns zurzeit immer passieren kann wir bekommen erfahrungspunkte bekommen geld dadurch und unsere verluste halten sich ziemlich in grenzen ab und zu sind mal zwei drei leute verletzt meistens ist keiner verletzt und daher so ja keiner verwundet einstev sergeant und 100.000 cash also für umsonst ist ja in ordnung schule au reaktion braucht man auf jeden fall so jetzt will ich mal auf das ufo wo da gelandet ist da müssen noch ziemlich viele aliens sein und vielleicht ja auch ein alien anführer so 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 gäbe ich den auch eine stammgranate oder ihr was auch immer was auch immer so dann jagen wir noch ein paar commandos auch wie es weitergeht seht ihr wenn das licht angeht und tschüss